Mein Name ist Deviso Ayanto und ich bin Mitglied der Akademie hier im Haus am Dom. Und außerdem habe ich ein Jahr lang ein Projekt zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs im Bistum Limburg geleitet. Ehrlich gesagt ist Advent für mich eine große Sehnsuchtszeit. Ich sehne mich wirklich nach der Musik, nach den Ritualen und auch ein bisschen nach dem Appell, dass ich innehalten darf. Diese ganzen Adventskalender, die gibt es ja sonst nicht. Und immer darf man irgendwie über sein kleines Erdendasein nachdenken und das gefällt mir ehrlich gesagt sehr, sehr gut. Vor allen Dingen auf die Wochenende. Ich hatte im letzten Jahr wirklich sehr, sehr wenig Zeit. Ich hatte vor allen Dingen keinen inneren Raum irgendwie. Ich war so beschäftigt mit den Dingen, die ich so wichtig fand und mit den ganzen Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten durfte. Und jetzt zählt echt Familie. Ich freue mich wirklich sehr auf die Wochenende. Ich freue mich sehr auf die Wochenende.